Und über was genau sollen wir jetzt schreiben? Wir schreiben etwas über die Verschwörungstheorie der Kontextstreifen. Die der Flugzeuge? Sogenannte Chemtrails. Man sagt, dass die CIA Chemikalien dazu gibt. In die Abgase? Ja, Chemtrails. Und die Chemtrails lassen die Zeugungsfähigkeit der Menschheit sinken. Okay. Ich sorge dafür, dass das in der nächsten Redaktionssitzung besprochen wird. Chemtrails. Am 18. Dezember erscheint die Wunschwurz. Jetzt ihr Thema vorschlagen. wunsch-at-wurz.ch